In der Arktis wird es jetzt... Das Tiefdruck-Zermi... Bei einer fünfte Jahreszeit, nämlich Karneval oder Fisch... Fisching... Das Gebiet im Salzburger Land hat jetzt die Toren und Türen und und... Ach, was verrät ich denn da für ein Scheiß? Wie sich das Tief hier eindringelt und eindringelt... Oh nein! Beziehungsweise bilden auch als Körner einen Eisschiss auf dem... Eisschiss... Einen Eisschiss... Westen so ein schwacher Tiefausleuchter... Ausleuchter... Noch das rote Gebiet mit der kalten Russ... Lust... Lust... Russland bestimmt aus Süden kommt... In den nächsten Tagen raus steht... Wie viel Schnee... Das ist eben die Fragen... Weg, 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 weg! Achtung! Heute Abend gibt es ein paar unbekannte... Flugobjekte... Auf der Id-Alp in 2308... 07... Der eine Meter, ja... Jetzt habe ich einen Blackout... Genauso wie der Winter... Es ist immer noch besser, ein Tier umzufahren als gegen den Baum... Nein! Das kann ich nicht! Ja und äh... Wie kriege ich da jetzt den Bogen? Wie kriege ich denn da jetzt bitte den Bogen? Ein kräftiges Hochgetüncht... Getunkt... Und ich muss... Der Dom teilweise noch im... Morgen... Ach... Und wir sehen die blauen Flecken am Himmel... Also ein... Föhniges... Äh... Ja... Trocken lag... Weil da gar kein Wasser mehr... So... Oder... Tief... War ja ja... In den westlichen Mittelgebirgen... War ja ja... Klingt blöd, oder? Beim Wetter von allem ist etwas geboten... Wir haben es mit Wind... Mit Frost... Mit Sonnenschein... Mit... Scheiße... Das kann ich nicht machen! Im freien Fall... Jungfrauenwoch... Nicht Jungfrauenwoch... Sondern Jungfraujoch... Von Schwanger aus sah man heute die Fuß... Die Nebelschlösser... Die Königsschlösser... Das zeigt uns auch der 7-Tage-Trend vom... Vom Oberstdorf... Och komm... Ich trinke mal was... Äh... Und die weiteren Aussichten... Kämen jetzt... Aber wir haben ja noch die Sonne... 19 Grad... In...